Die kommen aus Russland, ne? Ja, ja, ich kauf das nicht. Ich kauf das auch nicht. Tschernobyl, ne? So ist es. Da haben sie ein Cäsium drin, bis zu, was weiß ich, wie viel Bäcker. Ich geh das auch weiter an. Auch diese Firmen, wenn die mal deutsche Sachen kaufen... ...dannarket wurde. . . . Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020